Ein großer Schatz, ne? Oder große Aufgabe. Tiefer. Tiefer Grabner. Immer diese Fasern. Kinder geworden. Da ist eine Frau aufgetaucht. Hinter dir. Ich möchte erstmal raus, bin in den Grab gerannt. Scheiße, ich bin... Mist, ich bin gestochen. Der hat ganz schön was an Bums gehabt. Und die sind beide auf dich losgegangen. Ich kann nochmal zu dir gelaufen und ich meine Sachen geholt haben. So, den haben wir erledigt. Aber es ist schon lange her, bis ich mal gestorben bin. Ja, das ist schon... Das Beste ist, weil es vorbei bei mir. Jetzt ist es weg. Jetzt müssen wir noch kurz besser warten mit der Ausdauer. Ich will meinen Rucksack jetzt noch, bevor die Nacht anfängt. Bist du gleich da, ne? Ja, ich hoffe. 200 Meter. Aber du hast ja gerade keine Waffen, ne? Also sollte so erstmal nicht graben. Nicht. Deswegen. Weil wenn ich jetzt grabe, dann... Ich will nicht mehr ausdauer. Ich bin gleich da. Ja, ich bin gerade gestorben. Aber wir haben ja gerade die Aufgabe, wieso müssen wir immer weiter graben, bis wir den Schatz gefunden haben. Und immer wenn sich dieser Kreis verengt, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, dann kommt eine nächste Welle. Wollen wir weitermachen, oder? Können wir machen. Also bei mir ist das Quest weit weg, aber wir können ja für dich vielleicht lohnt es sich. Du musst mir dann nur sagen, wenn sich es verengt. Und ob ich richtig brauche. Ne, du krippst gerade außerhalb. So. Eng ist immer super. Ah. Jetzt. Verengt. Schrei halt. Ja. Ui. Och Mann. Hör auf zu springen. Du nervst. Da ist der Soldat. Ich dachte, der wäre weg. Ne, der ist gerade eben hinter dir aufgestanden. So. Jetzt rennen sie wahrscheinlich alle, ne? Also hier ist jetzt gerade der Kreis. Schauen wir mal, dass man jetzt hier was findet. Ja, ich seh's. Ich auch. Gut, dann. Oh, ne, mach's mit. Oh. Das ist gerade den Zombie, der mich attraktiert hat, umgewandt hat. Das war abgelenkt. Ich muss das mal ein Stück laufen. Er ist schon tot. Gut. Dann können wir jetzt zur Basis zurückgehen. Ja, ich nehm's Fahrrad. Wenn ich's irgendwo hinsetzen kann. Und ich wadel, und ich wadel. Zwischen durch Hustisch. Mein Fahrrad hängt. Wo hängt's denn? Ich kann's nicht mehr ersetzen. Jetzt. So, wir müssen in... diese Richtung. Und wie geht's dir denn so? Klappstuhl. Hattest du einen schönen Tag? Ups, jetzt bin ich voll gegen die Steine gefahren. Und die sind kaputt gegangen. Ich hab Rede aus Stahl. Gross. Ein Stahlrad. Und dann bleiben wir auch erstmal wahrscheinlich zu Hause, weil Nacht ist immer ein bisschen doof draußen. Dann hängt's grad wieder. Vielleicht kommt ein Bär. Ah, sag das nicht. Hat sie schon. Ich seh kein Bär. Ich seh ein Fahrrad, dann weiß es. Ich hab nur gesagt, vielleicht kommt ein Bär, nicht da ist einer. Ja, ich weiß, aber ich hab auch gesagt, ich seh kein Bär. Genau, jetzt gehen wir hoch. Hui, hoch hinaus. Dann kann ich ja jetzt erstmal... Super. Ich bin Schramm und blaue Flecken sind die am häufigsten auftretende Art von Verletzungen, die mir der Zeit heilen. Eigenschaften oder medizinische Gegenstände wie Aloe, Creme, Erste-Hilfe-Verbände oder Verbandskisten erhöhen die Heilungsgeschwindigkeit. Deine maximale Gesundheit ist um 5,9 verringert. Heilungsgeschwindigkeit 100%. Boah. Also ein Windows-Update hat hier ein PC jetzt erschossen. Das ist gemein. Das ist wirklich fies sowas. Aber es ist ja bekannt bei Windows, dass sowas passieren kann. Dann hoffe ich, dass dir das gelingt mit dem PC. Zweiten Mal dieses Jahr. Das ist schon eine Leistung. Gut, ich installiere nicht sofort jedes Windows-Update. Da kommt immer drauf an. Also die großen Updates, die lasse ich oft erst mal. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte hier... ...aussortieren. ...verfügbare Punkte habe ich hier. Also hier war das doch mit Ausdauer, ne? Ich bin jetzt ein sexueller Tyrannosaurus der Stufe 4. Ein Käfiggämpfer. Und das mit seiner Überzeugung. So, ich habe Raketenwerferteile. Oh, bei mir hängt es... Gebärteile, was ist das hier? Das sind Eisenhandschuhe. Stufe 1. Ich bin doch einiges mal mit dem Händler vertraut. Ach, das ist doch äckig. Hat er auch von den Waffen bestimmt. Waffen bestimmt, ja. Ein Auto verkaufen, nee. Oh nein. Hey, so viele Waffen. Das wäre fies, ne? Taktische Sturmgewehr, Stufe 6 behalten. Ja, ich denke mal, was hat die von Stufe 4? Das kann sein. Das sollte man vielleicht auch behalten. Oh, ich habe jetzt auch einen Compound-Bogen. Einen sehr schönen Compound-Bogen. Da ist er. Mit dem kann ich... Das ist ein Compound-Bogen. Mit dem kann ich... Pew, 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 machen. Wie? Pew, 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 pew. Jetzt reicht's, hau. Mehr davon gibt's nicht. Ja, war nicht nur. Ähm, was wollte ich? Wollte irgendwas. Eisen wollte ich. Eis? Eisen. So. Eisen. Ich möchte mein Eisen weglegen. Denn es hat mich in meinem Inventar gestört. Wolfi, Wolf, 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 Wolf. Willst du mit dem Wolf töten? Naja, irgendwas Spannendes könnte doch schon mal passieren, oder? Später Nacht ist nichts zu tun, ne? Wie immer. Andere Leute schlafen nachts, aber das ist jetzt in dem Spiel nicht vorgesehen. Nee, wir spielen ja kein Minecraft. Da muss man schlafen. Bei Minecraft kannst du dich nachts ins Bett legen, und dann ist es wieder morgens. Aber dann müssen sich alle auf dem Surfer ins Bett legen. Achso. Das ist dann dein FPS-Tal, oder? Ja. Dann müssen wir mal an deinen Grafikeinstellungen was machen. Ich weiß zwar nicht, was ich singe, aber die Trelle hat so vor sich hin. Meistens in den tiefen Tönen im Moment. Also, da werden wir fünfmal deine Grafikeinstellungen mal angucken. Was man ja zum Beispiel deaktivieren könnte, wäre Schatten, falls sich das nicht stört. Wenn kein Schatten mehr jetzt angezeigt wird. Du hast wohl einen Schatten. Kann ich das sagen? Nee, hab ich nicht. Weil das nimmt doch ordentlich was an Leistung weg. Okay, dann gucken wir uns das schon später. Komm mal an. Wenn es in Flammen. Wenn es ums auf. Ich bin ein Stück weggelaufen, wenn wir zurückkommen. War zu dunkel, wenn wir zurückkommen. Du hast doch hell mit Licht. Ja, dann sehen die mich doch. Komm auch mit runter. Dann sehen die mich doch. Ach, Licht. Wo? Wo? Wo du bist. Hier bin ich. Ich bin hier unten. Und leuchte in den Himmel. Guck mal, die Sterne leuchten. Extra, weil ich nach oben leuchte. Genau, die leuchten zurück. Und strahlst du die Sterne an. Die reflektieren. Die reflektieren. Da bist du. Machen wir jetzt hier mitten in der Nacht. Gute Frage. Krach. Krach, so, komm. Jetzt werde ich gleich mal noch Gemüse ein Döpf essen, weil da bringt Nahrung, Gesundheit und Wasser. So, dann habe ich nämlich Gemüse ein Döpf. Ich habe gar nicht so viel Ausdauer. Wenn jetzt ein Zombie kommt, habe ich ohne zu zappen. Ja. Keine Ausdauer. Naja, aber nicht viel. Ach so geht es mir da auch meist. Habe ich auch noch eine Schürfunde. Oh, welch einem Kratzer. Ja. Zieh die Wände hier oben platt. Ach so. Warum hast du das? Hm. Ach, macht sie das? Ich habe Lust dazu. Hat das denn Sinn? Ach, muss ich mal alles Sinn haben, ne? Muss ich immer alles Sinn haben, genau. Was ist das? Oh, es ist auch Stein, okay. Nimm mal einfach mal weg. Sieht auch nicht so schön aus. Das ist, ob sie auf der Optik angeht. Ich habe eine Sporttasche hier oben gefunden. Das ist natürlich schön, weil die haben wir bisher noch nicht. Ich habe jetzt nicht so viel gescheitzt. So, kann ich das Ding jetzt auch noch nehmen? Gibt es mal ein bisschen was an Material. Das kannst du erst nur durchsuchen. Ja, das habe ich schon auch gemerkt. Oh, eine Pistole Stufe 6. Oh, da kam ich schon eine. Ja, ist auch so eine selbstgebaute, glaube ich. Die sind nicht so besonders. Ich finde ich gut. Ich sehe jetzt vom Reparaturkett ab, finde ich. Weil die wir ein Rohr brauchen. Ja. Ach so. Ich sammle Benzin. Sehr schön. Sammeln. Sammeln, ne? Benzin drin. Da ist ja auch der Motor drin. Komm ins Benzin her. Was haben wir hier? Einen Holzstuhl. Einen elektrischen. Nein. Einen Hölzhernen. Sie schlägt weiter. Wo schlägt sie denn hin? Ich schlage auch einfach mal irgendetwas. Ja, wahrscheinlich am besten noch das, auf was ich draufstehe. Nein, weiter unten. Ja, dass alles runterfällt. Ah, das dauert eine Weile. Vermitteln, was du hier schon gehabt hast? Weiß ich nicht. Wenn du eine Aufknut machen kannst, dann... Wenn was drin ist, dann nicht. Also ich kann mit dem Wiedrich drin rumstochern. Dann mach mal. Vielleicht haben wir den bisher gesehen. Oder er hat sich wieder aufgefüllt. Ja, wenn wir eine schon geöffnet hätten, wäre er ja schon offen. Wie viel Skulls habe ich eigentlich bisher gesammelt bei mir selbst? Nicht so viel, weil ich dem ausgegeben habe. Schockstabteile. Oh, ich folge schon... Ich schaue schon sieben Stunden... Ne, sieben Tage im Mainstream. Schön, dass ich mir so treu bin. Nach dem Video über das neue Spiel toll bekannt. Schwertsteinkeule. Das heißt, da nicht mehr Schere, Stein Papier, nein. Schwert... Stein... Keule. Nein, wir sind da langgelaufen. In alle Richtungen. In wirklich alle Richtungen. Nein, wir sind da langgelaufen.